Hallo und herzlich willkommen zum Thema Differentialrechnung. Wir schauen uns an, was das ist und was man damit machen kann. Gleich vorab gesagt, es ist eines der wichtigsten Gebiete der Mathematik, das ihr bis zum Ende der Schule beherrschen solltet. Bevor wir richtig loslegen können, müssen wir doch erstmal klären, was wir als Vorwissen benötigen. Und da haben wir zum einen die linearen Funktionen, also etwas Schönes wie f , das hatten wir bereits gelernt. Das solltet ihr auf jeden Fall draufhaben und ihr müsst wissen, wie sich dieses m ergibt. Weiterhin solltet ihr den Grenzwert kennen, den hatten wir in der vorigen Lektion behandelt und als Limes kennengelernt, also zum Beispiel die Schreibweise der Limes von 1 durch x für x gegen plus und endlich. Und der wäre in dem Fall 0. Schaut euch hier wie gesagt nochmal die Lektion an, wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet. Denn ihr braucht das für diese Lektion. Und drittens die Lektion mit der grafischen Ableitung. Da hatten wir einen Funktionsgrafen und wir hatten gesehen, dass in jedem Punkt eine Steigung ablesbar ist, die wir hier mit dieser Tangente eingezeichnet haben. Also negative Steigung, wenn er nach unten geht und positive Steigung, wenn er nach oben geht. Und dieses Wissen braucht ihr ebenfalls. Das heißt, wenn ihr alle diese drei Lektionen kennt, dann habt ihr sehr gute Chancen, jetzt die Differentialrechnung zu verstehen. Legen wir los. Wir wollen also wissen, wie wir hier in jedem beliebigen Punkt diesen Steigungswert herausbekommen. Also der zum Beispiel hier etwa 1 wäre. Wie kriegen wir das hier raus? Und wie kriegen wir hier diesen negativen Wert raus? Es fragt sich also, wie können wir die Steigung in einem Punkt berechnen bzw. die gesamte Ableitungsfunktion, die bei diesem Graphen eine Parabel ist, also x², ermitteln. Und genau das ist unsere große Aufgabe jetzt. Und um erstmal wieder warm zu werden, schauen wir uns auch nochmal die linearen Funktionen an und gucken, wie wir dort die Steigung bestimmt haben. Wir hatten einen linearen Graphen, in diesem Fall als Beispiel f gleich 0,5 mal x. Und dort legen wir ein Steigungsdreieck an. Und mit Hilfe dieses Steigungsdreiecks bekommen wir einmal die Differenz der Höhe. Das haben wir dann Delta y benannt. Und die Differenz für x, also von einem x-Wert zum nächsten x-Wert. Und wir sehen, 2 durch 4 sind 1,5 bzw. 0,5. Und das ist dann unser m, unser Steigungswert für diesen Graphen. Und um die Differenz bestimmt zu können, hatten wir den y-Wert von diesem Punkt und den y-Wert von diesem Punkt miteinander subtrahiert. Und um die Differenz für x herauszubekommen, haben wir den x-Wert von diesem Punkt minus dem x-Wert von diesem Punkt. Also 6-2 und das ist 4. Und hier 3-1 und wir erhalten 2. Und Delta y durch Delta x ergibt dann unsere Steigung. Notieren wir nochmal die Normalform unserer linearen Funktion f von x gleich m mal x plus n. Für unser Beispiel n ist hier 0. Der Graph geht durch den Koordinatenursprung. Das heißt, wenn hier plus 0 steht, können wir das auch gerne entfernen. So, und jetzt ist die Frage, wie notieren wir jetzt das m? Und da hatten wir ja gesagt, das ist Delta y durch Delta x. Und jetzt Delta y ergibt sich aus den 2 y-Werten, der beiden Punkte hier aus der Differenz. Das schreiben wir kurz mit y2 minus y1, also der obere Wert minus den unteren Wert in dem Fall. Und für Delta x genauso, x2-Wert minus x1-Wert. Und dass ihr diese Schreibweise bzw. diesen Inhalt versteht, ist sehr wichtig für das folgende. Ja, ihr müsst wissen, dass sich hieraus die Steigung ergibt, unser Wert m, dass also nichts weiter hinter steckt als dieses Steigungsdreieck. Und man nennt das Ganze Differenzenquotient. Oben haben wir die Differenz aus y und unten haben wir die Differenz aus x. Zusammen haben wir also einen Quotienten, deswegen Differenzenquotient. Diesen Begriff bitte unbedingt merken. Gut. Wie wir also sehen, ist es sehr einfach, bei einer linearen Funktion die Steigung zu bestimmen. Wenn wir uns jetzt eine quadratische Funktion, also deren Parabel anschauen, können wir jetzt nicht einfach so hier die Steigung ablesen, denn wir haben weder Steigungsdreieck noch linearen Graphen hier. Wie wir jedoch schon bei der grafischen Ableitung gesehen hatten, können wir uns hier verschiedene Punkte wählen und jedes Mal eine Gerade anlegen. Die Geraden haben jedoch alle unterschiedliche Steigungen. Diese gilt es für uns zu ermitteln. Wir können uns glücklicherweise eine Gerade zur Hilfe nehmen und damit die Steigung in einem Punkt annähern. Nur wie berechnen wir das? Hierfür benötigen wir zwei Punkte des roten Graphen, also der Parabel. Denn mit diesen zwei Punkten haben wir x1 und x2, y1, y2, und dann könnten wir die Steigung ausrechnen. Die Tangente gibt uns jedoch nur einen Punkt. Daher müssen wir einen Trick anwenden. Wir nutzen die Sekante. Eine Sekante ist eine Gerade, die einen anderen Graphen bzw. eine Kurve in zwei Punkten schneidet. Sekare heißt schneiden. Und dies ist hier der Fall. Einmal den Schnittpunkt hier und hier. Für diese Sekante, die ja eine lineare Funktion ist, können wir auch die Funktionsgleichung aufstellen. Wenn wir uns zwei sinnvolle Punkte suchen, wie zum Beispiel 0,0 und hier 4,4, haben wir als Differenz für y 4 und für x 4. Das heißt, die Steigung unserer blauen Sekante ist 1. Wir wollen jedoch die Steigung hier in diesem Punkt haben bei 4,4. Was machen wir? Wir verkleinern unsere Differenz für x. Denn umso kleiner sie wird, also umso weiter wir nach rechts gehen mit dem Punkt, verschieben ihn weiter nach rechts, dann haben wir hier nur noch eine Differenz von 2, also Δx gleich 2. Und wir sehen, unsere Sekante wird langsam zu einer Tangente, die nur noch in einem Punkt berührt. Und deswegen brauchen wir auch hier lieben, ist, wir lassen diesen Wert hier, diesen x-Wert, x gleich 2, gegen 4 laufen. Und umso kleiner unsere Differenz für x wird, umso mehr wird unsere Sekante eine Tangente. Und wenn wir die Tangente haben in diesem Punkt, dann haben wir auch die Steigung in diesem Punkt. Und wenn wir es jetzt hier auf 0 laufen lassen, unser Δx sozusagen 0 wird, dann haben wir die Steigung in diesem Punkt. Und die lesen wir jetzt ausnahmsweise ab. Das ist 1 nach rechts, 2 nach oben, also 2 durch 1. Das heißt, die Steigung ist 2 in diesem Punkt. Und wenn Δx also gegen 0 geht, dann haben wir unsere Tangente hier. Und jetzt können wir mithilfe der Sekante und ihren zwei Punkten den Differenzquotienten aufstellen und dann die Steigung ermitteln. Rechnerisch. Machen wir das also als nächstes. ZOOM Untertitelung des ZDF, 2020